Die Bankjubels, sie beginnen langsam, es zu verstehen. Auf der Deutschen Bank, dieses Team, dieses Schicksalsteam. Das Spiel ist schweinend, geht es zurück, das Basketball ist gescheitert. Das ist die krafte Leistung des Deutschen Basketball, von allem in seiner Geschichte. Das ist eine Mannschaft, die Edebigkeit angeht. Das ist eine Mannschaft, die Edebigkeit angeht.